Hallo Leute, willkommen zur 21. Folge von iOsas World. Ja, es ist wieder Freitag, das heißt eine neue Folge von meinem Singleplayer-Projekt und heute haben wir uns gedacht, kümmern wir uns endlich um die 1.8. Wir haben in der letzten Zeit schon so super viel in den vergangenen Folgen über die 1.8 geredet und da ich jetzt erfahren habe, dass die 1.8 erst Mitte, im Sommer sozusagen rauskommt, wahrscheinlich August oder Juli und uns das Ganze definitiv zu lange ist, bis das Ganze rauskommt, da wir schon sehr, sehr viel vorbereitet haben, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt doch endlich den Snapshot drauf. Wie bereits vor zwei Folgen angekündigt, hatten wir halt Probleme damit, das mal in einer Testversion zu machen und deswegen war Neil zu nett und hat in der Zwischenzeit hier einiges vorbereitet. Das Ganze zeige ich euch jetzt. Und zwar ist unser Spiel immer abgestürzt, beziehungsweise wir konnten uns nicht einloggen, das Spiel ist dann aber direkt danach abgestürzt, da in der Minecraft 1.8, also beim Update von der 1.7 auf die 1.8, die Item-Frame-Probleme machen, da die anscheinend irgendwie neu berechnet werden, da mal zum Beispiel die Blöcke, die da drin ist, nun anstatt viermal, glaube ich, achtmal, wenn ich öfter sozusagen drehen kann und das hat anscheinend für Probleme bei den Updates gesorgt und deswegen war der Neil zu lieb und hat alle Schilder hier abgemacht, in Kisten getan, sodass hier eigentlich nichts rumbagen kann. Wir hoffen, wir haben jetzt wirklich alle entfernt. Hier vorne sind auch alle weg, alle hier in die Kisten reingetan. Hier vorne die Map ist auch dann jetzt dementsprechend halt hier aufgeteilt und falls man das Ganze nicht gemacht hat, kann es gut sein, dass die Maps zum Beispiel komplett verschwinden, das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und was wir dann jetzt machen werden, ist jetzt auf Kamera das Ganze updaten, natürlich vorher erst ein Download sozusagen starten oder ein Backup starten, falls etwas nicht klappt. Und wenn das Ganze geklappt hat, sollten wir uns in diesem Fall gleich wiedersehen. Ansonsten ist es seit dem letzten Mal hier in der Welt nicht passiert. Wir haben hauptsächlich hier alles auf die 1.8 vorbereitet, das heißt, wir haben alle Schilder entfernt. Der Nils ist jetzt auch gerade gejoint und dem sage ich jetzt nochmal, dass ich jetzt gleich updaten werde. Und wenn wir dann das geupdatet haben, wollen wir uns in dieser Episode relativ viele neue Sachen angucken, denn wir haben noch einige Sachen zu tun, sobald die 1.8 da ist, beziehungsweise auf unserem Server ist. Die erste Sache ist, dass wir ein wenig die Welt erkunden wollen, denn wir haben noch nicht alle Biome gefunden und dementsprechend fehlen uns auch noch ein paar Holztypen, wie zum Beispiel das Dschungelbiom, das haben wir noch nicht gefunden. Und wie gesagt, wir wollen auf die 1.8 warten, da halt beim Aufdecken der Karte neue Biome generiert werden und so wir auch an die neuen Blöcke sozusagen rankommen werden. Deswegen der erste Punkt, die Welt erkunden und uns ein paar neue Biome angucken, wie zum Beispiel das Mesabiom und das Dschungelbiom und vielleicht dann auch noch die neuen Eiswelten. Wenn wir das dann gemacht haben, sind wir eigentlich schon mal relativ weit gekommen mit dem 1.8 Update, deswegen wird die Folge auch hier wahrscheinlich das große 1.8 Update oder so heißen. Und das nächste, was kommen wird, ist, wir müssen einmal alle Farmen checken, ob die noch funktionieren. Denn zum Beispiel habe ich gelesen, dass die Iron Golem Farms deutlich effizienter werden in der 1.8. Das liegt einfach daran, dass die Spawn Rates erhöht werden von den Villagern, das schauen wir uns mal an. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch alle Redstone Mechanismen, die wir hier gebaut haben, überprüfen. Darauf bin ich gespannt, ob das Ganze funktioniert und deshalb nehmen wir euch heute hier mit. Und wenn die Folge dann doch noch nicht zu lang ist, haben wir uns gedacht, werden wir ein neues Projekt anfangen. Aber das seht ihr dann erst am Ende der Folge, beziehungsweise nächste Folge. Aber wie gesagt, guckt die Folge zu Ende, dann wisst ihr, ob ihr das habt. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal an die Arbeit, das Ganze abzudaten. Und sobald das Ganze fertig ist, sehen wir uns wieder und dann hoffen wir mal, dass alles funktioniert hat. So, das Update auf die 1.8, beziehungsweise auf den neuesten Snapchat der Version hat problemlos geklappt. Wir haben uns jetzt nochmal ein wenig mit dem Scoreboard beschäftigt, denn wir hatten schon gesehen, als wir das ein wenig umgestaltet hatten in der 1.7, dass es ein paar coole neue Features gibt. Und eins seht ihr jetzt oben in der Mitte. Und zwar hat Minecraft jetzt die Möglichkeit dazu gegeben, dass man sozusagen, ja, den Lebensstatus anzeigen kann. Und den haben wir jetzt mal hier eingefügt. Hier seht ihr das Ganze nochmal, den Server haben wir hier halt nochmal neu gestartet, damit wir wieder PvP aushalten. Dann haben wir die Whitelist hier wieder gestartet. Dann das ist immerher ja auf Peaceful gemacht. Dann diese neuen Objekte sozusagen hinzugefügt. Das seht ihr jetzt hier nochmal. Dann haben wir die Tode, die vorher hier angezeigt waren, entfernt. Die haben wir jetzt hier wieder über die Köpfe gemacht. Sieht eigentlich ganz cool aus. Nils kann jetzt meinen sehen und ich kann seinen sehen. Und ansonsten haben wir erstmal an diesen Objectives unterm Scoreboard nichts geändert. Außer, dass wenn man jetzt einen davon einen Schaden kriegt, dass man das auch mit Tab, beziehungsweise wo wir das drauf gelegt haben, dass man das Ganze anzeigen kann. Und das ist vor allem sehr hilfreich, wenn man mal unterwegs ist und irgendwie einer irgendwo runterfällt. Kann man, denke ich mal, so relativ interessante Sachen sehen. Ansonsten hat, wie gesagt, alles problemlos geklappt. Es gab keine Legs, es gab keine Abstürze. Alles lief problemlos. Das heißt für uns, wir müssen jetzt hier die Tafeln und Maps wieder hinfügen. Und wenn wir das gerade gemacht haben, werden wir uns fertig machen, um unsere, ja, sozusagen um die Welt zu erkunden und uns die fehlenden Biome zu finden. Wie ihr seht, meine Rüstung gibt mittlerweile auch den Geist aus. Das Ganze kam halt doch jetzt schon mit der Zeit, hat halt sehr, sehr viel ausgehalten, muss ich wirklich sagen. Der Helm ist als erstes kaputt gegangen. Und deshalb werden wir uns jetzt, oder werde ich mir jetzt erstmal eine neue Rüstung machen. Wir haben, bevor wir jetzt auf die 1.8 geupdatet haben, schon vor einiger Zeit, die Kisten hat man ja schon vor einer langen Zeit gesehen, uns nochmal die ganzen Rüstungen mit unserer Dupliziermaschine dupliziert, wie ihr hier seht. Deswegen nehme ich mir jetzt erstmal hier ein paar neue Rüstungsgegenstände raus. Und dann werden wir uns fertig machen für unsere erste Expedition. Und wenn wir dann vielleicht das erste Biome gefunden haben, sehen wir uns wieder. Okay, kleine Änderung. Wir haben doch beschlossen, dass wir jetzt erst einmal alle Bugs, beziehungsweise alle Fehler, die sich mit der 1.8 eingeschlichen haben, zu ändern, beziehungsweise die Updates auszugleichen. Da sind uns gleich schon die ersten Sachen aufgefallen. Erstens sind die ganzen Items, die wir jetzt hier reintun, deutlich heller. Sieht meiner Meinung nach auch besser aus. Sieht so runder auch meiner Meinung nach aus. Und so kann man das auch relativ gut jetzt erkennen. Der erste kleine Fehler, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das beabsichtigt war, ist, dass unsere Aufzüge mit den Minecuts kaputt gegangen sind. Das Ganze konnten wir jetzt aber schon fixen. Ich zeige euch das Ganze mal. Hier haben wir das schon gefixt. Aber wenn wir das jetzt hier machen, seht ihr, kommen wir, in diesem Fall komme ich zum Beispiel hier raus. Aber in anderen Fällen kann das nicht klappen. Das hängt davon ab, an welcher Position jetzt die Leiter steht. Ich probiere mal, ob das jetzt hier klappt. Wir gehen jetzt hier hoch. Wie ihr seht, hier kommen wir auf einmal nicht mehr raus. Die Antwort dafür ist eigentlich relativ einfach. Ich habe das jetzt mal abgebaut. Und zwar muss diese letzte Leiter in die Richtung zeigen, in die man rausgehen will. Das heißt, die bauen wir jetzt mal ab hier. Brauchst du ab? So, Nils, befestest du dich hier mal? Ne, ich habe die nicht. Achso, ich habe die. Das sieht man mir mal nicht schade. Deswegen müssen wir jetzt hier mal mit Shift-Klick hier an die Seite gehen. Wir müssen dann hier wieder unsere beiden ganz normalen Whales nehmen. Wir können das Teil hier wieder draufschieben. Deswegen muss ich dann erstmal natürlich hier wieder entfernen. Einen solltest du jetzt auf... Ne, habe ich aufgesammelt. Und jetzt kannst du... Versuch mal rauszugehen. Zack. Genau, jetzt klappt das gerade nicht, weil der Nils nicht rauskommt. Warum hast du einen Slime-Lock gesetzt? So, und jetzt kann man halt wieder nach vorne rausgehen. Das war unser erster Check. Das nächste, was wir jetzt mal checken, ist hier die Melon-Farm. Ich würde sagen, Nils, kannst du mal kurz gleich... Warte, ich gehe nach oben und dann kannst du die mal drücken. Dann können wir gucken, ob die noch problemlos klappt. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die problemlos funktionieren sollte. Die Iron-Golem-Farm liefe jetzt nebenbei immer noch tadellos. Das heißt, es hat alles soweit funktioniert. Das Glas hier ist auch noch ein transparenter Block anscheinend anerkannt. Deswegen, die Farm läuft weiterhin gut. Ich würde sagen, du drückst das jetzt mal. Okay, okay, okay. Drück nochmal. Ja, klappt das. Die Farm klappt immer noch problemlos. Das heißt, hier müssen wir schon mal nichts fixen. Ansonsten sollte im Baum erstmal alles klappen. Die Sortiermaschine funktioniert auch noch eigentlich problemlos. Da hat sich jetzt erstmal nichts geändert. Zumindest nichts, was uns bewusst ist. Und auch in einem langzeitlichen Test nicht zu sehen war bis jetzt. Und das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch an dieser Stelle einmal überprüfen... Überprüfen sollten, sind die Eingangstür, die wir vorne eingebaut haben. Denn dort sollte sich meiner Meinung nach auch nichts geändert haben. Aber es kann gut sein, dass sie zum Beispiel kaputt gegangen ist, wenn zum Beispiel ein Redstone-Signal länger geworden ist. Was auf jeden Fall kaputt gegangen ist, ist unser Whale-Duplikator. Ne, der klappt noch. Aber wir müssen mal gucken, ob der mit als Duplikator-Kräfte noch klappt. Können wir am besten mal jetzt hier testen. Machen wir mal an dieser Stelle das Teil. Und wir sehen, ja, der Duplikator klappt auf jeden Fall hier in diesem Fall auch noch. Der ist auf jeden Fall auch schon in der 1.8 aktiv. Beziehungsweise kann weiter in der 1.8 benutzt werden. Und das Nächste, was wir testen wollten, ist jetzt hier vorne einmal die Tür. Zack, die klappt problemlos. Natürlich, der Pultiskurs klappt. Perfekt. Gut, dann testen wir jetzt nochmal die Sortiermaschine, damit wir euch auch zeigen können, dass diese funktioniert. Dafür nehme ich mir jetzt mal einen Block mit Eisen, welcher jetzt sehr, sehr hell leuchtet. Tu den hier ins System rein. Wie viel hatten wir hier gerade? 38. Das sollten wir gleich 39 haben. Gucken mal, wann dieser Block jetzt hier erscheint. Jetzt ist er noch nicht da. Ich denke mal, wir sollten das auch gleich sehen, ob hier was da ist oder nicht. Und ansonsten müsste es zumindest hier hinten bei der Müllchest wieder rauskommen. Bei mir ist er noch nicht da. Da gucken wir mal das Ganze, ob der vielleicht hier irgendwo im System drin stecken geblieben ist, beziehungsweise ob sich das Ganze gesteckt hat. Dafür haben wir extra hier unsere Technikgänge eingebaut. Weißt du, welche Position das war, Nils? Ja. Das ist der. Das ist der Block, genau. Ja. Ja. Okay, warte. Da ist nichts drin. Mal schauen, ob die anderen in irgendeiner Art und Weise übergelaufen sind. Ne, hier haben wir immer noch 21. Ich denke mal, dass das eigentlich funktionieren sollte. Also, ich glaube, dass das hinten in den Hopper eingesogen wurde und dass der Tick halt zu lang war, äh, zu kurz war, dass der Block halt durchgerutscht ist. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch einen Block oder zwei oder so rein tun. Genau, dann tun wir noch ein paar rein. Würde ich sagen, dann testen wir das Ganze nochmal, bevor wir hier die ganze Art und Weise tun. Ich hab jetzt 19 reinged... Nein, 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 ich hab jetzt 19 reinged... Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Hier sind jetzt... Hier kommen jetzt die Blöcke an. Ja, kann gut sein, dass ich das jetzt einmal staunen muss, wie gesagt. Die 1.8 ist halt immer... Oder neues Update ist meistens für Überraschung gut. Aber mich hätte es sehr gewundert, wenn an dieser Stelle etwas kaputt gegangen wäre. Aber das klappt dann jetzt, ne? Ja, genau. Ist jetzt noch 38 wieder drin. 19 habe ich draus genommen. 19 ist dann angekommen. Gut, die Iron Golem Farm hat, wie gesagt, auch funktioniert. Ich glaube, dann haben wir hier alles im Baum fertig gescheckt. Und wir werden uns dann jetzt mal zu den Mob Farmen machen und gucken, ob da noch alles funktioniert. Auch unsere beiden Monster-Farmen, die wir in der letzten Folge gebaut haben, funktionieren problemlos. Ich habe das Ganze jetzt vorhin getestet, wieder ausgeschaltet. Und zuletzt ist dann jetzt noch die Witch-Farm dran. Ich denke mal, Witches sollten weiterhin hier drauf spawnen. Da hat sich beim Witch-Spawn-Verhalten nichts verändert. Das Einzige, was ich schon mal bei anderen YouTubern gesehen habe, ist, dass mit der 1.8 die Bewegungsmechanismen sozusagen kaputt glitschen können. Das Ganze können wir natürlich jetzt auch hier an dieser Stelle simulieren. Und da ich mich für eine doch recht große Konstruktion, keine kompakte, aber dafür sehr, sehr sichere Version entschieden habe, ist das Ganze heile geblieben. Und so haben wir, wie ihr seht, kaum Probleme mit der 1.8 bekommen. Das Einzige, was dann halt noch an einigen Stellen umgebaut werden muss, sind unsere ganzen Pisten auf, ja, Pisten-Minecart-Aufzüge, die halt dementsprechend dann nicht mehr funktionieren, beziehungsweise einmal überarbeitet oder angeglichen werden müssen. Ich denke, was jetzt als letztes ansteht, zu überprüfen, ist die Enderman-Farm, denn alle anderen Sachen sollten, denke ich mal, soweit funktionieren. Die Gold-Farm basiert natürlich nicht auf dem Prinzip von Redstone oder Ähnlichen, deswegen wird die Farm weiterhin klappen. Und ich werde mich jetzt mal kurz auf den Weg machen zu Enderman-Farmen. Ich muss da ein wenig mehr aufpassen, denn wie ihr wisst, spawnen jetzt, wenn man Enderman tötet, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Endermites, ich glaube, so heißen die neuen Mobs. Und diese sind durchaus aggressiv. Das heißt für uns, wir müssen eventuell die Enderman-Farm ein wenig umbauen, beziehungsweise ein System einführen, was dafür sorgt, dass die Endermites unser System sozusagen nicht zerstören. Wir sind jetzt hier bei der Enderman-Farm angekommen und die ist anscheinend gerade noch auf dem Kill-Modus. Ich würde sagen, wir stellen das Ganze jetzt mal vorsichtig um, dass das Ganze jetzt hier auf den Farm-Modus eingebaut ist und irgendwie sind auch mal wieder hier die Skin-Texturen leicht verbackt, so wie es zumindest für mich aussieht. Ich würde sagen, da ziehen wir lieber mal die Rüstung an, bevor wir hier so komisch rumlaufen und gucken, was passiert, wenn wir hier die Enderman schlagen, beziehungsweise auf uns das Ganze großartig, was ein Leben kosten wird und ob die Endermites in diesem Fall überhaupt spawnen und so dann halt uns dementsprechend auch killen werden. Bis jetzt sieht das Ganze ja sehr, sehr gut aus. Ich habe bis jetzt hier noch keinen Enderman gefunden, bin dementsprechend auch gerade ein wenig verwundert, da ich schon von vielen Leuten gehört habe, dass das zu massiven Problemen führen soll. Ich denke mal, das sollte eigentlich genügen. Kein Endermite ist gespawn und das sollte für uns heißen, dass diese Farm weiterhin auf jeden Fall optimal benutzbar ist. Diese werden immer noch tot gecrushed. Das heißt, hier klappt auch die Redstone-Technik weiterhin. Ich nehme dann jetzt hier nochmal ein paar Enderpearl mit, denn ich möchte gucken, ob überhaupt Endermites spawnen können. Dafür gehen wir jetzt hier wieder in die Oberwelt. Auf dem Weg dahin habe ich nochmal jetzt unsere Minecart-Aufzüge repariert. Hier vorne ist auch noch einer. Ich schaue mal, ob dieser funktioniert. Und wenn dieser fertig ist, haben wir, glaube ich, alle Aufzüge repariert und die ganze Version bzw. unsere Version oder unsere Welt ist auf die Version 1.8 angepasst. Und dann warte ich jetzt bis morgen, bis der Nils wiederkommt und dann wollen wir uns zusammen auf den Weg machen, einige neue Gebiete zu erkunden. Das Ganze machen wir dann natürlich auch wieder teils hier mit der Kamera und dann kommen wir zu unserem nächsten Projekt. Ich würde sagen, ich gehe hier hoch, gucke, ob das Ganze funktioniert. Klappt wunderbar, das heißt, hier müssen wir den nicht reparieren. Dann sind wir schon wieder in dieser Oberwelt und hier können wir uns dann erstmal kurz, glaube ich, hinlegen am besten. Und dann schauen wir mal, wenn wir gleich ein paar Enderperlen schmeißen, ob einige Endermites spawnen. Das würde mich mal sehr interessieren, denn die sollen doch erheblichen Damage machen. Ich glaube, irgendwie einen Schaden pro Sekunde, wenn man keine Rüstung anhat. Und das ist auf jeden Fall doch schon deutlich hoch und ich hoffe mal, dass das Ganze uns jetzt sozusagen bei der Endermine-Farm nicht passiert, das Ganze beziehungsweise nicht mehr reingepatcht wird. Gut, da vorne ist Land, das heißt, wir können jetzt mal hier ordentlich ein paar Enderperlen schmeißen. Dann können wir jetzt auch mal den Debug-Screen hier angucken und gespawnt ist hier auch nichts. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie ein Sechzehntel oder sowas oder 100 zu 8. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Muss ich ansonsten nochmal nachgucken. Aber da hier gerade nichts spawnt, außer mein Leben, dass das mein Leben hier verloren geht, spawnt hier nichts. Ansonsten würde ich dann jetzt erstmal an dieser Stelle sagen, sind wir mit dem Redstone-Check fertig. Mir gibt es jetzt oder für mich fallen ja jetzt keinerlei Sachen ein, die durch die 1.8 beeinflusst hätten sein können oder beeinflusst wurden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder beziehungsweise morgen wieder für mich jetzt, wenn der Nils wieder da ist. Und dann schauen wir mal, was man hier noch so interessant ist in unserer Welt. So, Nils ist wieder da und jetzt gehen wir auf Erkundungstour. Ich habe mir jetzt gerade mit Amelst, wenn das Ganze so genannt wird, einmal die Map aufgemacht und mir geguckt, wo welche Biome liegen. Und wir haben jetzt erstmal noch eine ganze Anzahl an Biomen, die wir erkunden wollen, wo wir vor allem einige Sachen her holen wollen. Und ich weiß nicht, Nils kann ja erstmal erzählen, wo wir jetzt gleich erstmal hinwollen. Ja, also ich glaube, als erstes gehen wir in Richtung Mushroom Island. Genau. Das heißt, wir laufen durch das ganze Eisgebiet, was wir da haben. Und auf dem Weg holen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Packed Ice für unsere Monster Farm hier eigentlich. Ja, dann ist es nämlich noch effektiver. Und wenn wir dann die Mushroom Island besucht haben, was schon ein ganzes Stöck ist, ich glaube, das sind fast 3000 Blöcke, dann werden wir da auf jeden Fall ein Portal hinsetzen, dass wir da immer gut hin und zurück können. Das denke ich mal, ist eigentlich relativ interessant. Und wenn wir dann die Mushroom Islands besucht haben, gehen wir in das Meser-Biom. Beziehungsweise auf dem Weg zur Mushroom Island liegt eigentlich auch noch das Dschungel-Biom. Und dann sollten wir, glaube ich, alle erstmal so gefunden haben. Das Einzige, was uns dann noch fehlt, ist ein Mega-Tiger-Biom, glaube ich. So heißt das Ganze. Und in diesem Mega-Tiger-Biom kann man dann Pottsol kriegen. Und das würden wir auch noch sehr, sehr gerne haben, einige Blöcke. Weil das können wir dann auch wieder künstlich vermehren. Und das Gleiche müssen wir natürlich dann auch noch mit unseren, ja, wie heißt das nochmal von den Mushroom Islands? Älpsel. Mützel machen. Und wenn wir das dann alles zusammen haben, sind wir eigentlich, glaube ich, schon ganz gut dabei. Können dann auch noch hier einige Farmen reparieren, beziehungsweise effizienter machen. Und gleichzeitig können wir dann auch im Nether oben das Ganze fertig machen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Und wenn wir immer eine von diesen Stellen, die wir gerade beschrieben haben, erreicht haben, sehen wir uns wieder. Eventuell, wenn etwas Lustiges auf dem Weg ist, schauen wir uns das auch an. Oder sonst, bis gleich. So, wir haben das erste Icy Mountains, oder wie auch immer man das Ganze nennt, erreicht. Das Ganze hat eigentlich, ist jetzt zumindest relativ schnell gegangen. Die anderen Sachen sind auf jeden Fall deutlich weiter weg. Da müssen wir sehr, sehr weit gehen. Aber wir werden, ich glaube, auch an diesem Biom ein Portal aufstellen, da das Ganze doch interessant ist. Und im Survival bin ich jetzt das erste Mal wirklich in diesem Biom. Und ich muss sagen, ich finde die eigentlich schon sehr, sehr cool, wenn man das so sieht, ne? Ja. Gleich wird Nacht, aber wir werden jetzt hier auf jeden Fall erstmal ein paar... Jo, das sieht echt geil aus. Guck mal, wie geil groß das ist. Ja, das ist richtig. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen Eis abbauen. Das werden wir nachher in die Monster Farm einbauen. Dadurch sollte die noch effektiver werden, da die Monster ein wenig schneller durch die Gegend getragen werden. Und ich würde sagen, wir genießen jetzt hier erstmal die Nacht. Und sehen uns dann auf dem Mushroom Island wieder. So, genau deswegen sind wir auch hier durch die Gegend gegangen. Und deswegen haben wir gewartet, bis die 1.8 draußen ist. Denn wie viele sicherlich von euch wissen, gibt es in der Version 1.8 einige neue feste Blöcke. Das hier ist jetzt zum Beispiel Granit. Und was haben wir hier vorne? Hier habe ich auch nochmal einen dritten Stein, glaube ich. Und Nils hat davon auch mal einen. Das hier ist jetzt Diorite. Oder was auch immer die deutsche Übersetzung davon sein sollte. Und das hier ist da dementsprechend Endeszeit. Auch keine Ahnung, was die deutsche Übersetzung da ist. Deswegen haben wir, wie gesagt, auf die 1.8 gewartet. Wir sind immer noch hier in dem IC-Biom. Und gehen dann jetzt mal weiter. So, das nächste Biom ist erreicht. Und das ist eins meiner Lieblingsbiome. Ich finde die sehr, sehr cool in der Regel. Das ist auch, glaube ich, eine ziemlich große Island, so wie wir das schon auf der Map gesehen haben. Die erkunden wir jetzt mal ein bisschen. Das Schöne daran ist halt, dass wir, denke ich mal, von hier uns einige Kühe am besten importieren sollten. Denn diese kann man halt perfekt nutzen, um schöne Suppen herzustellen. Auch wenn die nicht... Ich darf nicht kaputt gehen. Ich darf nicht kaputt gehen. Wir müssen ja noch zurück. Die dürfen halt, wie gesagt, nicht kaputt gehen. Da vorne sind die Kühe. Und wenn man jetzt eine Schale hat, kann man da direkt Suppe holen. Die Insel ist relativ groß. Ich glaube so um die 200 Blöcke in jede Richtung. Auch hier sind schon, wie ihr gerade unten im Eck gesehen habt, sind auch schon die neuen Blöcke erhalten. Und ich denke mal, das Erste, was wir hier in diesem Fall hier machen sollten, ist, einige Blöcke von unserem, ja, Mützre sozusagen abzuholen. Und wenn wir dann hier die haben, können wir die eigentlich schon direkt oben im Nether verpflanzen. Diese sollten sich dann dort automatisch verbra... Oder sollten es automatisch wachsen. Und dann sollte auch das Nether, beziehungsweise die Hommage an IOSAs World Tour, auch damit dann halt in dieser Stelle fertiggestellt sein. Als nächstes steht dann jetzt bei uns entweder ein Jungle-Biom oder das Mega-Tiger-Biom an. Und zum Schluss kommt dann halt das interessanteste Biom, wo wir dann hauptsächlich uns auch Rohstoffe für die nächsten Folgen farmen möchten. LOL. Egal. Wir haben hier gerade noch eine Sonnenblume gefunden, die ein wenig verbuggt ist. Warte, ich gehe mal unter die... LOL, Zaubertrick. Okay, ich würde sagen, tschüss, Sonnenblume. Und es geht weiter. Wie ihr seht, sind wir jetzt schon eine ganz schöne Menge an Koordinaten gelaufen. Ich glaube, irgendwie so jetzt 6000 Stück, dass ein Mega-Tiger-Biom ist, erreicht. Die sind anscheinend sehr, sehr selten. Wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt eins zu finden. Das ist dann natürlich sehr, sehr cool, wenn man das dann jetzt hier findet. Auf dem Weg lag es jetzt nicht gerade wirklich, aber ich denke mal, wir können hier auch doch davon ausgehen, dass wir uns jetzt hier wirklich hauptsächlich nur die Erde holen. Und diese kann man dann ja auch wieder künstlich vermehren. Falls euch mal interessiert, wo wir genau hergelaufen sind, könnt ihr einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Ich denke, einige von euch wissen das. Dort gibt es einen Link zu einer Live-Map von diesem Server. Die aktualisiert sich, glaube ich, alle 8 Stunden, werde ich mich jetzt gerade nicht vertue. Und das Schöne an der Map ist halt, dass sie dann auch zeigt, welche Chancen aufgedeckt wurden. Und da wir das Video jetzt, oder zumindest diesem Teil am Mittwoch aufnehmen, heißt das, es sollte schon längst aktualisiert sein, wenn wir alle Biome gefunden haben. Und dann könnt ihr euch gerne mal angucken, was für Wege wir gegangen sind und wo wir sozusagen jetzt gerade sind und welche Strecke wir zurückgelegt haben. Wir machen uns dann... Ja, noch, kannst du mir kurz Obsidian geben? Ja, ich gebe dir noch ein Obsidian. Oder ich sage es kurz selber. Aber wir werden dann uns jetzt aufmachen über wahrscheinlich über ein... Ja, was soll ich sagen? Schneebiom, ne? Möglichst versuchen... Ach, nicht über ein Schneebiom. Über ein Dschungelbiom zu unserem... Wie heißt das nochmal? Ding ins Biom zu kommen? Meser. Meserbiom zu kommen. Und dann sehen wir uns dort wieder. Und dann werden wir dort auch die Folge beenden. Anscheinend haben wir den nächsten Bug entdeckt. Und zwar sind hier Mushrooms in der Wüste. Eine sehr, sehr komische Kombination. Ich bezweifle, dass das hier alles so richtig ist. Aber, Alter. Wir haben jetzt, glaube ich, ungefähr die Hälfte des Weges geschafft. Ein gutes Stück wurde wieder zurückgelegt. Da vorne haben wir noch einen Villager. Ganz viele... Ach, Villager-Zombie. Wir haben vorhin schon relativ viele Pyramiden gefunden. Und wir sind dann jetzt nochmal ein bisschen weiter unterwegs. Und dann sind wir gleich schon da. Für uns ist die letzte Etappe geschafft. Da hinten sieht man den Dschungel. Wir haben gerade hier unser schönes, wie heißt das ganze, Mesa-Plateau hier mal erkundet. Das wird für uns auf jeden Fall einige Sachen erleichtern. Denn wir haben sehr, sehr viel mit Clay gebaut. Den ganzen Clay mussten wir bis jetzt farmen. Das Ganze müssen wir jetzt in diesem Fall auch noch machen. Aber wir können hier direkt die, ja, fertigen Steine sozusagen abbauen. Und die dann einfach umfärmen. Das spart uns auf jeden Fall viele Arbeitsschritte. Das Portal an dieser Stelle setzen wir dann jetzt an den Punkt hier hinten. Also zwischen den beiden Biomen. Dann haben wir nämlich die beiden Biome zusammen abgearbeitet. Und ich denke mal, dann haben wir genug erledigt in dieser Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Denn das war mal eine etwas andere Folge. Denn ansonsten sind wir natürlich immer unterwegs, bauen gute Sachen. Dieses Mal haben wir nur die 1.8 sozusagen ausgescheckt. Und ansonsten nicht viel gemacht. Hier ein bisschen Sachen erkundet. Ist auch mal ganz schön. Aber nächste Folge, versprochen, werden wir wieder ein paar interessante Dinge bauen. Und dafür brauchen wir dieses Mal eure Hilfe. Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt so mal ein wenig in die Redstone-Technik der 1.8 und in die ganze Slime-Technik reinzukommen, um diese sozusagen zu testen, haben wir uns gedacht, bauen wir einen Freizeitpark. Den hatten wir schon mal, oder den hatte ich schon mal in meiner allerersten Welt. Das ist bestimmt schon drei Jahre her. Da haben wir schon mal einen gebaut, oder habe ich einen gebaut. Und das war wirklich ein sehr, sehr cooles Teil. Das hat auch vielen Leuten gefallen. Deswegen haben wir gedacht, bauen wir jetzt einen Freizeitpark mit Achterbahn, ein paar Minispielen, die man in Minecraft Vanilla so bauen kann. Und dazu würden wir gerne von euch Vorschläge hören, was wir genau bauen sollen. Und was ihr schon mal vielleicht auf YouTube gesehen habt, dazu könnt ihr gerne Links in die Kommentare schreiben. Ich werde die dann freischalten und nicht als Spam sozusagen melden. Und dann können wir uns mal angucken, was ihr so an Vorsteigen habt. Und das versuchen wir dann möglichst in der nächsten Folge umzubauen. Und die nächste Folge wird sich dann hauptsächlich halt um den Freizeitpark drehen. Hier werden wir jetzt, wie gesagt, in Portale hinschließen. Die Portale werden wir jetzt nicht großartig mit Wegen verbinden, weil das sind auch nochmal, wenn man das durch acht halt, tausend Blöcke, die man dann im Nether gehen muss, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen und wann wir einfach Lust haben, weil das eine sehr, sehr langweilige Aufgabe ist. Aber ansonsten haben wir jetzt hier erstmal, ich glaube, fast alle Biome erkundet. Ich weiß nicht, ob Nils schon dafür sein Achievement gekriegt hat oder ob ihm dazu noch eins fehlt. Also ich glaube, dafür muss man auch in einem Login alle Teile erkunden. Okay. Das heißt, ich muss jetzt noch danach ins End vielleicht. Ja, mal schauen. Aber warum mal. Ansonsten würde ich mich freuen über eine Bewertung, egal ob positiv oder negativ. Bitte vergesst nicht, das Video dann zu kommentieren und uns dementsprechend auch Vorschläge einzusenden für die Achterbahn- bzw. Freizeitpark-Attraktion. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen die Welt erkunden und uns das Ganze nochmal anschauen und wir bedanken euch fürs Zusehen und wir hoffentlich sehen wir uns nächsten Dienstag um 16.30 Uhr zu einem Tutorial wieder oder nächsten Freitag um 16.30 Uhr zu einer neuen Folge. Ciao, ciao.